wir wollen würde zurück zu gilt was zwei weiter geht es ein bisschen schneekohlen höhen angelangt ein herz schon fertig gemacht es geht weiter man hier hoch latschen was hier ist was ist das hier das essen kann es mitnehmen da ist nichts mehr nie kirchenschösslinge berufe finde ich nicht so gut weil man viele rezepte selber erstmal aussehen muss okay ja manchmal da haben wir schon ein es gibt so ein schön richtig da ist nix lassen wir waren hier bei zerstören tschüss wir weiter noch ein banner dann auch erledigt so und zwar kollege hollung auf den rauf genau ich glaube ich zwar von hinten aber ist egal da genau hier sind wir ja hier lange kaufen lang gelaufen ein gott jetzt hier hoch ich noch ein paar schöne pläten verbander zerstören als ich aber auch eine schöne klasse ja nicht immer überhaupt schöne klasse weil es läufer nein gut wenn die weg mag ich schon mal mit wir sind keine alibi zurück den händler zurück da sind ja wieder welche moschel hier waren söhne spaniers alle weg angst von mir das eisbrut wolf da die mutter zweig ist noch einer ich mache das im wolf voll um tschüss und jetzt ein gerissener pilz naja ist wieder so ein banner und ging so wie das gesehen und genehmigt ich sag nur weiß noch mal immer noch so viel mal von ihm in den herzen gemacht mir kommen jetzt ein bisschen länger vor allem müssen mehr machen aha ja auch fast fällig das herz viele ist der rest von fritzchen fest hallo da ist für achten wir zwei misst doch euch jetzt finde ich sehr schön auch erledigt jawohl geht doch da da müssen wir hin durch den weg folgen rechts schreiten die züchterin die züchter und züchterin ja meine wegmarker jetzt in berg hinein dann gehen wir noch mal hinein oder was ist hier hälber punkte oben irgendwo dahinter wir haben noch nie gemacht will heute das kann ich was man da machen muss so sind nur eine ein mann gilde bin habe noch ein zwei anderen drin aber helden punkt will ich hier habe in den helden punkt bei greif wo du bist auch noch was von mir stimmt sie ist das reichte so zahlen wir hier klingt nach spaß ja komm herr wo bist du schneid schwinge und von uns wird hier hast du nicht mein gott soll der mist immer stehen jetzt verhauste ab mit wie ich so erledigt haben wir ja ein punkt verdient ist noch eine wegmarke händler was verkaufen können war sehr schön hier beim händler vorbeischauen nein kann ich nicht gut und deine aber auch noch alles kaufen alles fällig bei stück doch nicht genommen wohl noch ist so richtig besser wir haben wir acht hier ist so wild fleischstücke kann mich verkaufen nicht so richtig blöd den kann man nix machen bekommt man ist die kämpfe alles sind aber kürzen nicht mitmachen ich mir mal verkaufen ja wenn wir einmal rum ab hier irgendwas versteckt aber scheinbar nicht sind alles hier bergig wenn man nicht rauf ich bitte nicht sein ist mir auch ins alles klar gehen wir hier weiter schon war mal hier lang ja tschüss da geht es nicht hoch zumal hier noch schön ist ich habe mich was hier ist ja auch um mich nicht rüber riesen spät wenn man hier ausnahme champions nicht alleine nie 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 ich achte ich bin ja kommert machen gute ausrüstung auf mich wo welche andere fest sind tauren ab und berggegenständig für die abteile mann dass wir hier ein wir sind hier überhaupt achte helden punkt ich sehe schon ja ja sehr gut wir nehmen wir noch mit schon doch gewerbt wenn ich ein ingenieur wäre gut dass er gebrauchen was sind hier ein weg wir können weg von oben runter das kann sein das kann sein dass man es im gedächtnis behalten ich gehe sowieso jetzt weiter links herum wenn man schon auf den stoßen da schmeiße ich mit steine und nie zum champion hier ist noch nicht gekloppt jetzt brauchen wir nicht den angreifen bricht noch mitmachen greifen sie schon mal ja auch nur greifen sollen warum auch damit hier wir haben doch wohl nicht geschafft oder ist nur einer oder wird das jetzt aber noch nebenbei machen champion da auch noch 1 8 der schimpft mit an es ist blöd das war blöd ja ach da ein genau da ein rechten kluft ok leute los das ist die ein oder batio ok das war erst mal wir sagen guck mal eben kurz wegen den 46 schon wieder mein gut das macht der packheit das war es alles weg wir können alles alles gehen ok leute wie sagen man ist die schluss heute in den nächsten folge von christmas bei ist ein schön